Hallo Leute, ich bin der Bender Bernhardi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Funkel Aetra Z1. Hier handelt es sich um eine 70 Schuss Fächerbatterie im Kaliber 20 Millimeter. NEN beträgt 490 Gramm und die Brenndauer sind ungefähr 20 Sekunden. Wie sie mir gefällt, werde ich euch wie immer am Ende des Videos erzählen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir zum Fazit. Ja, so grundlegend hat mir die Aetra gut gefallen. Man muss natürlich sagen, ja, durch die 70 Schuss fällt auf den einzelnen Schuss natürlich nicht so viel NEM ab, was, ja, der Ausbreitung so ein bisschen, ja, zur Last gefallen hat. Ja, nichtsdestotrotz finde ich immer noch gut, was rauskommt. Die Standzeit ist schön, die Weißblinker waren schön anzusehen. Ja, gerade das Tempo war wirklich, ja, hat wirklich sehr gut durchgezogen. Ich finde zwar im Vergleich mit der Austrum, ja, im Grunde der gleiche Baukörper hat mir die Austrum wirklich deutlich besser gefallen. Nichtsdestotrotz finde ich für ungefähr 30 Euro die Aetra auch wirklich, wirklich zu empfehlen. Gerade die Kombination Gold-Weißblinker, wer drauf steht, wird damit so eine Freude haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mir die natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch das nächste Video und auf Wiedersehen.